Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. AP auf Probe. AP ist das neueste Signing beim Berliner Label Team Kuckoo. Die bevorstehende EP ist das Debüt Release von AP. Auf Probe kommt mit 5 Tracks, die EP kommt über Team Kuckoo und erscheint digital. Die Orsons. Orsons Island. Das letzte Album der Orsons erschien im März 2015 und ist somit schon mehr als 4 Jahre her. Höchste Zeit für ein neues Album der Gruppe. Orsons Island kommt mit 17 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album kommt über Jim Perator und erscheint als Box, als CD und auch als Vinyl. Moody Shams. Nach mehreren Alben kommt Moody nun mit seiner ersten EP. Das Wort Shams kommt aus dem Arabischen und bedeutet Sonne. Shams kommt mit 8 Tracks, Features gibt es keine. Die EP kommt über Hayat und erscheint als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao.